Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 1. So, wir können jetzt hier aus diesem Studentenwohnheim raus und haben den Bloater da unten am Leben gelassen. Soll sich wer anders mit dem rumärgern? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ja, ja, warte. Ich meine, wir haben die Klicker erledigt, das muss reichen, ne? Als nächstes hier vorbeikommt, muss ich halt dann um den Bloater kümmern. Das ist dann nicht mein Problem. Oh, da leuchtet was. Nice. Schere. Und Alkohol. Lieben wir. Okay, sonst noch was hier? Ja, doch. Ich will schon mal kurz gucken. Was ist denn der Anschluss? Meiner Seite, ne? Oh Gott. Na, Joe, schiebst du jetzt weiter, oder? Okay, muss reichen. Da sollten wir doch rankommen. Äh, Kabel? Nein? Oh Gott. Ach so, es sind auf beider Seite Anschlüsse. Okay. Okay. Dann halt so. Versuchen wir es mal. Ja, komm schon durch. Ich würde das Tor hinter mir wieder zumachen. Ah, okay. Es geht wieder zu. Okay. Die waren schon zu lange da. Warum gibt es infizierte Sonder beim Labor? Das... Ja, das verstehe ich. Okay. Keine Wache. Kein gar nichts. Niemand, nichts. Ja. Langsam sollten wir jemanden treffen. Eigentlich ja, ne? Gehen wir rein. Irgendwas ist doch hier komisch. Joel kann nicht mehr bei Mauern klettern. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kam's? Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Zu viel. Aber immerhin redet er überhaupt schon mit ihr jetzt, ne? Über Sarah. Ich meine, wir wissen alle nicht, was mit der Mutter von Sarah passiert ist. Das haben wir auch in der Serie nicht erfahren. Die wurde halt nie erwähnt. Wir wissen nicht, ob die gestorben ist. Wir wissen nicht, ob die gegangen ist einfach. Und ihn und Sarah allein gelassen hat. Das ist a good question. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Schuhe jetzt wahrscheinlich mit seinen Knien, weil ich immer in der Hocke mit ihm laufe. Deswegen kann er nirgendwo mehr hochklettern. Eine Vermutung. Ich frage mich immer, wenn man auf sehr leicht spielt, also auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, da frage ich mich immer, ob dann hier alles voll mit Loot ist wohl. Wahrscheinlich, ne? Finden wir auch mal lebende Fireflies? Das sollten wir. Eric Griggs. Okay, da geht's drüber. Guck mal hier nochmal fix. Eigentlich müssten überall Wachen stehen. Die sind nicht mehr da. Die sind doch alles Aussichtstürme. Kannst du mir doch nicht erzählen, ja. Naja. Rutsch doch mal. Was sagen unsere Pillen? Achso, ich kann auf dem Pferd nicht auf Pillen gucken. Oh, und hab Kelle. Swuck mit dir. Da ist Mülltonne zum Rumschieben. Ich renne in jede Ecke. In der Hoffnung auf Loot. Nein, kein Loot. Schade. Aber das macht ja The Last Service auch aus. Dieses immer wieder währende Enttäuschtwerden, weil man in dieser Ecke kein Loot findet. Und trotzdem guckt man immer weiter, weil man Angst hat, man könnte in der nächsten Ecke den Loot verpassen, wenn da mal welcher liegt. Okay. Okay. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. So, wartet. Ich will nicht. So, aber wir gucken hier trotzdem nochmal. Okay. Hier ist nix. Na ja, dann hoch, ab. Da. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na, bitte. Danke. Sehen wir uns um? Oh ja. Das ist eine gute Frage. Keiner da. Ah, Schreibchen. Ich glaube, hier war auch irgendwo eine Werkbank. Ah, gefunden. Ich gucke mich aber nochmal ein bisschen weiter um, bevor wir da rangehen. Hier ist ein Rucksack. Ah, ich wollte nach Pillen gucken. 90. Okay, wir brauchen noch 10. Da stand es auch gerade, dass wir 90 Zusätze haben. Licht ist auf jeden Fall hier noch an. Da ist ein Riegel. Okay. Okay. Okay, da geht es weiter wahrscheinlich. Juhu. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Richtig. Jetzt auch nicht so durch die Gegend. Juhu. Die wird wahrscheinlich gar nicht da rumlaufen. Sind wir mal ehrlich. Ich würde die Apokalypse nicht überleben. Okay, gehen wir mal zurück zur Werkbank. Äh. Die war hier rechts. Oh. Okay. Auch alles leer. Okay. Was haben wir denn? Jo, gucken wir mal. Was haben wir denn da? 122. Können wir gar nichts mehr machen. Boah, 40. Boah. Dann machen wir mal die Feuerrad ein bisschen höher noch. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo der nächste... Ich glaube, ich weiß wohl der nächste Waffenkoffer ist, aber egal. Magazinkapazität ist nicht so wichtig. Ich glaube, wir können auch gar nichts machen. Ich glaube, wir können auch gar nichts machen, ne? Ich glaube, wir können auch gar nichts machen. Einfach, weil wir es können. Okay. So geht es doch. Perfekt. Gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ey, lieber weißt du, dass ich hier Lapp will. Okay. 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 Ja. Da habe ich mich gemutet und habe es gar nicht mitbekommen. Wo geht es denn hier? Ah, wahrscheinlich da, wo wir da dann auch reinkommen, ne? Mal gucken, ob hier irgendwas liegt hier draußen. Nö, natürlich nicht. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Oh. Okay. Eine Kugel. Für El Diablo. Juhu. Okay, dann geben wir Steinchen. Flaschen. Nee, das ist nur die Tür. Lass die Tür nochmal zu. Okay. Auf. So. Okay. Okay. See? nein ich wollte das ding da auf danke aber ich hätte gern meinen stein wieder joel du kannst auch aufstehen joel steht einfach gerade nicht mehr auf hallo joel er kann wieder nicht durch ein fenster irgendwie ein bisschen baggy heute ich weiß auch nicht es wird nicht so sein tag hallo hallo spiel reagiert wird aber auch irgendwie nicht sehr gut hätte ich nicht gedacht dass wir das hier noch voll kriegen auch schwer so dass julian problem mit fenstern hat halt moment hier sind wir rein dann sind wir jetzt hier überall einmal durch okay röntgenbilder des pilzwachstums im gehirn eines patienten also die haben hier auf jeden fall forschung betrieben ja definitiv feuerfleisch auch nicht tja vielleicht sind sie beim experimentieren zu affen geworden wir werden das finden ich bin mir eigentlich relativ sicher dass es hier noch einen messerraum gab sady perl Ah. Oh, so viel Loot. Nein. Fuck. Nee, geh mal weg. Joel, nee. Joel, nein. Ich will das nicht. Kann ich das Ereignis bitte nochmal kurz neu starten? Ich wollte nochmal nach dem nach dem Raum gucken. Okay, wartet. Sorry, Leute, aber eine Tonbandaufnahme. Vier Paletten. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie. Ja. Wenn irgendwer die Freiheit verliehen hat, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh, nein. Oh, nein. Der beißt. Oh, mein Gott. Okay. Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Okay, Moment. Okay, den Anhänger haben wir schon eingesammelt. Mit dem Luthier? Nee. Okay. Okay, da ist die Tür, wo es weitergeht. Aber ich war der Meinung. Hier war noch irgendwo eine Messertür. Muss nochmal ganz kurz gucken gehen. Ich meine, vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist die Tür vom Treppenhaus auch. Wie gesagt, vielleicht irre ich mich auch komplett. Gib mir meinen scheiß Stein wieder. Guck, dass ich den ganzen Abspielgerät übersehen habe. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Damen sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst doch verrückt. Okay. Aber ich habe doch auch unten mir alles angeguckt, oder? Ich bin, also, wirklich, ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass es hier eine Messertür gab. Sorry, Leute, ich muss nochmal kurz unten gucken. Das macht mich gerade kirre. Ich habe erst gedacht, die wäre hier oben. Die Schränke sind jetzt alle wieder zu und dann nach dem Reload. Ja. Da ist er. Da ist es doch. Weil nämlich in dieser Tür... Richtig. Da ist nämlich die nächste Werkzeugstufe. Ich hatte es noch richtig im Kopf. Das wusste ich noch. Kapitel 8 verbessert der Radius von Brandbomben. Einsatz. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Sehr gut. Oh, zweimal so große Radius, geil. Ich glaube, sonst war hier nicht viel... Oh, da können wir doch nochmal zur Werkbank. Weil jetzt haben wir ja die nächste Waffelstufe. Können wir doch nochmal gucken, ob wir was verbessern können. Okay. Ich bin sehr froh, dass ich gerade nochmal neu gestartet habe. Und dass mein Kopf mich nicht getäuscht hat mit, dass es hier doch was gab. Wusste es doch. Oh, guck mal. Hatt ich auch übersehen fast hier. Das müsste leer sein, ne? Ist nur wieder zu. Ja, okay. 96. 96. 96. Ich glaube, ich habe den Flammenwerfer nie wirklich benutzt. Vielleicht sollte ich es jetzt mal tun. Oh, schicker neuer Aufsatz. Oh, nice. Weg mit der Blechdose. Warte, Tempo. Lassen wir jetzt es mal. Das können wir noch machen, die Reichweite vom Bogen. Wieso habe ich denn vorhin da nicht bei der Tür geguckt? Bin ich wieder blind vorbeigerannt, ne? Komm, mach mal. So. Sehr schön. Das ist doch ganz gut. Denke ich auch. Jetzt haben wir es jetzt. Nachdem ich jetzt auch noch zwei Tonbänder gefunden habe und alles, können wir doch jetzt voller Tatendrang da oben in den Raum gehen. Wo habe ich denn die Tonbänder übersehen? Ich glaube, es gibt auch noch mehr als die beiden. Aber egal. So. Das war jetzt einfach eine Loot-Folge heute. Eine sehr ruhige Loot-Folge. Ich laufe jetzt nämlich noch bis da hoch. Und in der nächsten Folge gucken wir, was passiert, wenn wir durch diese Tür gehen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr wissen wollt, was hinter dieser Tür auf uns wartet, dann schaltet morgen gern wieder ein. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Schräubchen. Ich habe mir jetzt halt hier liegen lassen. Na egal. Und ja. Also. Ne? Ich sage mal bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Bis morgen.